Kein Konsum von Cannabis auf Volksfesten. Das ist ein Aspekt, der im neuen Gesetz steht. Ein Verbot besteht auch in ausgewiesenen Raucherzonen, etwa im Außenbereich von Gaststätten. Und zwar für das Verdampfen, Verbrennen und Erhitzen von Cannabis-Produkten. Im Gesetzestext wird klar, dass Gemeinden und Städte im Sinne des Gesundheitsschutzes das Verbot auf bestimmte öffentliche Flächen ausdehnen können. Wer sich nicht an die Regeln hält, dem drohen hohe Geldstrafen. Im Wiederholungsfall bis zu 5000 Euro. Das seit 1. August in Kraft getretene Gesetz dient laut Beschlusstext zur Begrenzung der Folgen des Cannabiskonsums. Bisher war schon gesetzlich geregelt, dass der Konsum von Cannabis zum Beispiel in der unmittelbaren Gegenwart von Kindern und Jugendlichen verboten ist. Das heißt auch in der Nähe von Schulen und Spielplätzen. Und die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach von der CSU ist jetzt bei mir im Studio. Guten Abend. Guten Abend. Frau Gerlach, seit 1. April ist Cannabis legal in Deutschland. Was ist Ihr Eindruck? Gibt es da schon Zahlen oder was sind Ihre Erfahrungen? Wird jetzt mehr gekifft in Bayern? Das lässt sich so noch nicht genau sagen. Wir haben vor, Abwassermonitoring zu machen. Das machen wir für verschiedene Infekte auch und können da feststellen, wie sich das Ganze entwickelt. Bei Cannabis lässt sich es jetzt erst nachträglich relativ gut monitoren, weil wir zunächst mal die Wassermengen sammeln müssen und dann bestimmen müssen. Das wird aber noch einige Monate dauern. Wir haben jedenfalls Wasserproben von vor der Legalisierung auch zurückgehalten, um dann sehr gut sehen zu können, wie hat sich das entwickelt, wo müssen wir vielleicht auch noch nachjustieren und wo müssen wir bei puncto in puncto Prävention noch etwas mehr Gas geben. Es ist also noch gar nicht sicher, dass sich tatsächlich das Konsumverhalten auch verändert. Trotzdem war die CSU von Anfang an ganz klar gegen die Legalisierung. Was sind auch Ihre Sorgen als Gesundheitsministerin? Ja, es haben einige Studien gezeigt. Man hat allein 160 Länder sich angeschaut, wie das nach der Legalisierung aussah, die Entwicklung. Und es hat sich eigentlich immer gezeigt, dass der Konsum höher geworden ist, gerade bei jüngeren Menschen, seitdem es Legalisierung gab. Gerade längerfristig war ganz klar dieser Trend zu beobachten. Das heißt, wenn man natürlich als Staat eine weitere Droge legalisiert, bedeutet das immer, dass es einen gewissen Legitimitätsstempel bekommt und damit auch eine Verharmlosung, gerade für junge Menschen, die dann sich denken können, naja, wenn der Staat es schon erlaubt, kann es nicht so schlimm sein. Und das führt natürlich häufig dazu, dass mehr Menschen konsumieren und letztendlich dann eventuell auch von dieser Droge abhängig werden. Jetzt ist es so, wenn man sich da auch Zahlen anschaut, haben schon 40 Prozent der deutschen Bevölkerung in ihrem Leben schon mindestens einmal Cannabis versucht. Das heißt, geraucht wurde sowieso schon. Ist es dann nicht auch aus Sicht einer Gesundheitsministerin sinnvoll, dass jetzt zumindest klar ist, woher kommt die Droge? Ist die sauber? Deswegen ist es umso wichtiger, wie ich finde, in Prävention zu investieren. Ich glaube nicht, dass wir Probleme dadurch besser machen, dass wir sagen, es wird konsumiert und jetzt machen wir es einfach legal, weil dann stimmt zumindest die Statistik für den Staat, weil was legal ist, dann haben wir dann diese Statistiken eben nicht mehr, was dann in die Illegalität fällt und was dann strafbar ist. Im Grunde genommen entledigt sich da der Staat ganz einfach eine Problematik, statt zu schauen, wo liegt eigentlich die Wurzel des Problems, das die Menschen konsumieren. Wo kann ich besser ansetzen durch Präventionsangebote? Da hört man übrigens von der Bundesregierung bisher sehr, sehr wenig, dass zum Beispiel mehr Geld für Prävention ausgegeben wird oder welche neuen Präventionsangebote jetzt gekommen werden. Das muss doch einhergehen mit Überlegungen der Legalisierung. Da ist bisher nicht viel zu sehen. Bayern versucht, die Folgen der Legalisierung einzudämmen mit verschiedenen Gesetzen. Jetzt wurde das Cannabis-Folgenbegrenzungsgesetz verabschiedet, ist jetzt in Kraft. Kiffen auf Volksfesten ist jetzt unter anderem verboten. Was ist da das Ziel, die Intention? Wir versuchen das im Übrigen nicht nur mit Gesetzen einzugrenzen, sondern eben auch mit neuen Präventionsangeboten. Allein in diesem Jahr investiert das Bayerische Gesundheitsministerium 8,5 Millionen Euro für Präventionsmaßnahmen und Angebote, die gerade junge Menschen finden sollen, die angenommen werden und die erreicht werden in diesem Bereich. Aber es geht eben darum, auch gesetzliche Regelungen zu schaffen und es zum einen klarer zu machen, welche Regelungen gelten. Sie haben angesprochen die Volksfeste zum Beispiel. Innerhalb der Festzelte darf ja ohnehin nicht geraucht werden. Da haben wir ja schon lange das Rauchverbot in Bayern. Es geht aber eben auch darum, in Biergärten oder um das Festzelt herum klare Verhältnisse zu schaffen. Das Bundesgesetz sagt, dass Cannabis nicht in der unmittelbaren Gegenwart von Kindern und Minderjährigen konsumiert werden darf. Jetzt lässt sich das aber auf einem Rummel oder auf einem Biergarten, wo man nebeneinander sitzt, am Biertisch, kaum wirklich kontrollieren. Es ist nicht möglich. Deswegen haben wir klare Verhältnisse geschaffen, auch für die Gastronomen, auch für die, die kontrollieren müssen, dann für die Polizei zu sagen, das sind Bereiche. Da darf einfach grundsätzlich nicht konsumiert werden. Und damit besteht dann auch keine Gefahr, dass dort Minderjährige betroffen sind. Befürworter der Legalisierung sagen jetzt, Mensch, auf Volksfesten wird das Kiffen jetzt verboten. Und Alkohol darf da aber in rauen Mengen konsumiert werden. Und da gibt es ja auch erschreckende Zahlen. Also laut WHO sterben allein an den Folgen des Alkoholkonsums 62.000 Menschen im Jahr in Deutschland. Warum also Alkohol? Ja, auf Volksfesten auch eine Droge quasi, auch eine gefährliche Droge kiffen, aber nein. Ich würde auch Alkohol überhaupt nicht schönreden wollen. Auch den Konsum nicht, der teilweise auch bedenklich ist, was viele Studien zeigen. Es gibt auch überhaupt gar keine Menge, die man gesundheitlich mit einem guten Gewissen empfehlen könnte, was den Alkoholkonsum anbelangt. Nichtsdestotrotz haben wir, was die Regelungen zum Beispiel anbelangt, an den Volksfesten und meiner Argumentation den Minderjährigen gegenüber, die Situation, dass wenn geraucht wird, natürlich damit auch Rauchschwaden entstehen. Und die direkte Berührung von Kindern und Jugendlichen, diese Gefahr zumindest besteht, dass sie tangiert sein können. Das habe ich natürlich nicht, wenn ich ein Maß Bier einfach trinke, weil dadurch ist es natürlich nicht direkt am Kind, am Jugendlichen. Aber, und das ist noch ein Punkt, wo wir finde ich in Deutschland auch Nachholbedarf haben. Wir haben zum Beispiel das begleitete Trinken von Minderjährigen ist bei uns in Deutschland erlaubt. Also die zwischen 14 und 16 könnten theoretisch mit ihren Eltern im Biergarten eben auch alkoholische Getränke konsumieren. Das finde ich völlig überholt, diese Regelungen und auch nicht verantwortungsbewusst, weil es schadet natürlich extrem dem kindlichen Gehirn auch, wenn Alkohol konsumiert wird. Auch wenn die Eltern nebendran sitzen, macht es das nicht besser. Das heißt, solche Regelungen müssen wir auch mit Blick auf Suchtverhalten, aber auch mit Blick auf verantwortungsvollen Umgang mit Suchtmitteln auf jeden Fall abschaffen. Gehen Sie davon aus, dass das dann genauso schnell funktioniert, wie jetzt die Regelungen die Cannabis einschränken? Sofern die Bundesregierung dort denselben Willen hat, eben nicht nur Dinge zu legalisieren und auf den Weg zu bringen, sondern eben auch sich verantwortungsvoll anzuschauen, was haben wir denn für bisherige Regeln, die völlig überholt sind und auch einfach nicht mehr passen in die gesundheitspolitische Debatte, in der wir heute auch uns befinden. Dann hat sie natürlich jede Möglichkeit, diese Regelungen umzuändern. Und ich weiß auch, dass sich da einige Befürworter auch in anderen Bundesländern sind. Beim Umgang mit den Anbauvereinen kommen wir zurück zum Thema Cannabis. Da hat sich Bayern für einen restriktiven Weg entschieden. Die Zulassung läuft über das Landesamt für Gesundheit. Was wird da geprüft? Was wird da kontrolliert, ob so ein Anbauverein dann letztlich tätig werden kann? Es werden ganz verschiedene Dinge geprüft. Also zunächst einmal ist ab 1. Juli es möglich, einen Online-Antrag zum Stellen beim LGL und dort müssen dann Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, die geprüft werden. Das ist aber nur der eine Bereich. Der andere wird dann vor Ort durchzuführen sein. Also das heißt, es wird Kontrollen vor Ort geben, zunächst mal um die Genehmigung zu bekommen, aber auch dann im Nachgang regelmäßige Kontrollen. Es muss ja überprüft werden. Werden die Grenzwerte dort eingehalten? An wen wird das Cannabis ausgegeben? Wird den Mitwirkungspflichten entsprochen? Also das heißt, es sind ja Anbauvereinigungen, die eine Mitwirkungspflicht haben, der Menschen, die dort für sich, für ihren persönlichen Gebrauch auch letztendlich anbauen und dort mitwirken. Und dazu braucht es Konzepte. Es braucht ein Jugendschutzkonzept zum Beispiel und einen Präventionsbeauftragten. Also da ist einiges vorzuhalten, um auch wirklich in einem gesicherten Rahmen das dann zur Verfügung stellen zu können. Sie haben, wir haben jetzt schon viel über Prävention auch gesprochen. Können Sie da vielleicht nochmal erzählen, wie sieht das genau aus, wenn dann auf die Kinder, auf die Jugendlichen zugegangen wird? Sie haben selber schon davon gesprochen. Es findet teilweise eine Verharmlosung von Cannabis in der Gesellschaft statt. Wie kann man jetzt da die Kinder und Jugendlichen vor allem wieder sensibilisieren, dass da doch auch Gefahren drohen? Vor allem mit einem lebensnahen Zugang, mit einem erhobenen Zeigefinger und einer alten Papierbroschüre. werden wir mit Sicherheit niemanden überzeugen. Ich glaube, dass der wichtigste Zugang selbstverständlich über das Elternhaus beziehungsweise über die Schulen kommt. Deswegen haben wir bereits auch schon einige Präventionsangebote, haben mittlerweile über 400 Moderatorinnen und Moderatoren in ganz Bayern ausgebildet. Jetzt haben wir quasi über die Prävention gesprochen. Wir haben vorhin auch schon gesagt, Gesetze ist dann der andere Baustein. Plant Bayern da noch weitere Regelungen, noch weitere Einschränkungen, um den Cannabiskonsum noch weiter zu begrenzen. Ja, wir sind ja zunächst einmal gebunden an das Bundesgesetz. Und alles, was wir kontrollieren und auch was wir für Anforderungen stellen, sind alles Anforderungen, die das Bundesgesetz vorgibt, die wir aber sehr ernst nehmen und sehr restriktiv auslegen. Das bedeutet, dass wir da einen strengen Ansatz verfolgen mit Blick darauf, dass der präventive Gedanke im Vordergrund stehen soll. Was zukünftig noch erforderlich sein wird, wird man auch auf Bundesebene sehen. Der Bundesgesundheitsminister, der die Droge legalisiert hat, hat ja schon angekündigt, dass es eine Evaluation geben soll. Also auch da wird man dann sehen, hat der Konsum sich verändert. Das wird das Abwassermonitoring zum Beispiel auch zeigen. Letztendlich aber auch die Regelungen, die handwerklich teilweise richtig schlecht gemacht sind, weil sie kaum zu kontrollieren sind, kaum auszuüben sind, sehr bürokratisch. Also wir müssen durch die Anbauvereinigungen hohe Formen an Kontrollen auf den Weg bringen. Aber auch die Justiz, die jetzt nachträglich über 41.000 händische Papierakten durchsuchen musste, allein in Bayern, um das Ganze nachzuvollziehen, ist ein absoluter Wahnsinn, ist ein Bürokratiemonster. Und ich hoffe, dass da noch nachjustiert wird. Eventuell, und da bin ich mir auch relativ sicher, wird die Diskussion nächstes Jahr auch kommen mit Blick auf eine neue Bundesregierung. Je nachdem, wie die dann auch aufgestellt ist, ob man tatsächlich bei der Legalisierung bleibt oder ob man in die Diskussion der Abschaffung wieder geht. Judith Gerlach war das Bayerns Gesundheitsministerin bei uns im Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Das war unser Franken-Fernsehen-Talk-Spezial. Einen schönen Tag Ihnen noch. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.